Also, also jetzt bin ich auch dabei wieder. So, wie du, du nimmst jetzt auch auf. Natürlich. Oh Gott. Ich bin ausgeschlafen. Und dann machen wir hier, oh, die packen wir auch noch mal mit da rein. Die packen wir auch mal mit da rein, damit wir alles hier haben. Da noch da rein. So, Fuel haben wir jetzt zwei und... Auch noch da rein. 50? Was? Ja, also freuen wir uns mehr. 52? Ja. Du hast ja so ein bisschen reingepackt, ne? Ja, vorhin hatte ich 66. Jetzt habe ich plötzlich 52. So, und jetzt machen wir so. Ah, perfekt. Zack. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hingehen. Find random. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Erstmal müssen wir den hier als Home settlen. Go home, set home. So. Ja. Dann find random. Und jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen hier um, was wir hier so finden. Level 4, Level 3 ist aber Snow. Ich habe keinen Bock auf Snow. Nee, hier auch nicht. Ist zu schwer. Nee, ist nicht schwer. Ist ja Level 3. Das ist ja jetzt so gesehen fast perfekt für uns. Aber wieso? Was gibt es denn noch? Sand? Ja, Sand gibt es auch. Warte. Ich wusste jetzt jetzt. Aber wollen wir nicht, oder? Was ist denn auch so? Sand? Doch, ich will doch Sand. Du willst nach Sand? Ja, ich will Sand. Na, dann geht doch, Peter. Karnpland, Level 8, Level 1, 9. Dann nehmen wir mal den da. Gucken wir, was du sowieso anzubieten hast. Level 4, Level 5, Karnpland. Level 4 könnte noch so gehen, ne? Ja, so gerade eben. Ich würde aber ganz gerne schon einen Level 3er haben. Level 7. Ah, Mann. Ein Trandom. Mach keine Faxen, Junge. Guck mal da, guck mal. Guck mal hier. Uh, da will ich mal hin. Wir fahren jetzt nach dahin. Alles wackelt, nur was schlecht. So, jetzt pass auf, wie es jetzt dich erbiebt. Und go. Go, 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 go. Und jetzt geh mal ein bisschen pennen, einfach, damit du da in der Haff. Oh, mich drittst du nach hinten. Geh mal pennen, einfach. Ich spiel mich einfach raus jetzt. Mach mal. Geht nicht. Geht nicht. Ich hab manchmal gepackt, dass wenn ich mich rausbeame, dass ich sofort wieder auf dem Beamer lande. Ja, geh mal hier pennen, Typ. Damit du immer ein bisschen Leben hast. Ein bisschen Leben? Dass du gleich nicht direkt stirbst. Alter, das ist ja echt doof, dass der Kopf da rausguckt. Weißt du, was das Geile ist? Wenn wir auf unser Planeten wollen, ne? Beame ich mich einfach zu deinem Schiff und beame ich runter. Das stimmt. Richtig lame. Du musst mich wecken. Auf. Wach. Rennen. Weißt du was? Wir sind da. Ah. Was war das jetzt nochmal für ein Planet? Welches Level hatte der? Weiß ich gar nicht mehr. Egal, auf jeden Fall wird der lustig. Abgeber. Richtig, das war... Das war... Mond. Oh, ist es auf dem Mond? Ja, ja. Das ist ein Mond von den Planeten da vorne. Krasses Pferd. Ist das ja alles Cobblestone? Weiß ich nicht. Mondgestein, denke ich mal. Da unten ist ein Viech. Hey, das ist guter Holz. Kannst du nicht machen. Hör auf damit. Bau das wieder ab. Nimm ich das hier. Nein, den hier. Nicht das Holz verbauen. Nicht das Holz verbauen. Aber wieso? Weil wir das brauchen. Um Häuser zu bauen. Ich hab doch nicht die ganze Scheiße da gefarmt, damit du jetzt hier etwas Holz verbauen kannst, Mann. Achso. Na gut. Oh, Alter, guck dir mal die Viecher da oben an. Oh, da sieht die creepy aus, Alter. Oh, da sieht die Musik aus. Wo sind meine Augen? Ach, da. Oh mein Gott. Aus richtigen Augen, genau. Nom, nom, nom. Die Musik ist hier auch ziemlich angsteinflößend und total fröhlich und einladend. War das eine pinke Schlittkröte? Oh, erwischt Nee, ist das erwischt, nee, ist das erwischt Jetzt Ja, zu zweit geht das hier, ey Dann kannst du zweimal diesen Eisenschuss machen und dann sind die Viecher tot Ja, also irgendwann am besten mitgeladen Wow Ah, Leder, schön Ah, da höre ich schon wieder so ein Viech lachen Guck mal da, so ein scheiß Gammelvogel Wer zuletzt lacht, lacht, zuletzt Oh, One-Hit One-Hit Mal weiter, hier, land gehen Ich will erst mal gucken, ob es nach einer Oberfläche ist Ja Oh, hier ist ein Scherztoh Wow, 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 wow Sie ziehen aber nicht so viel ab Meine Maus Meine Maus. Alter, ich treff's doch nicht. Ich auch nicht. Ich treff's doch nicht. Was? Krass, ich fährt, ey. Hast du noch Liquid-Scheiße? Okay. So, was hab ich jetzt hier? Den nehm ich mal mit. Gehört mir. Den nehm ich auch mit. Und die Fackeln nehm ich auch mit. Nur mal die Kohle mitnehmen, ne? Ja, mach mal. Ich hab zwar noch genug Kohle. Ach, äh, nimmst du die Truhe noch mit? Nehm ich. Ich geh schon mal weiter. Gucken, was wir hier noch finden. Noch mehr von den Scheiß-Sichern. Ey, wie viel Cobblestone ist hier drin? Na, ganz ruhig, meiner. Ganz ruhig. Oh, na, ganz ruhig. Warte mal, ich hab noch was für dich. Ähm. Hast du noch Liquid oder so? Ne, aber ich hab... Warte. Bullshit. Da. Da unten liegt es. Was ist es? Das ist Bandage. Bandage. Das ist mit deinem Arsch. Sehr danke. Sehr danke. Das kannst du benutzen und dann regeneriert es dein Leben. Aber es regeneriert, also immer nur einzig benutzen waren, bis das weggeht und dann wieder nutzen. Aber wo sind sie hin? Ah, hier. Bandage. Setsi-Baum. Mal sehen, was wir hier noch finden. Hä? Hey, Dudes. Komm, 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 komm zu Papa. Au, 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 au. Was ist denn jetzt so anzuspucken? Nein, 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 nein. Da oben. Da oben. Die nächsten Viecher. Das ist so anzuspucken. Was? Was? Kampf pur hier, ey. Oh, ja. Einfach mal Wadus drauf, äh, wohin schießen. Vielleicht treffen wir ja irgendwas. Tot. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Da ist noch so ein Viecher. Alter, da gab es drei Viecher. Das sieht aus wie ein Pokémon, Mann. Hagen, das ist eine kleine Piezers. Hau, fahr, fahr, fahr. Hau, fahr. Hau, fahr. Hau, fahr. Komm, Mann. Hahahaha. Alle mit einem Schlag weg. Geil. Richtig geil. Wir müssen mal in eine Stadt jetzt kommen oder sowas. Ja, ja, eigentlich müsste man in eine andere was kommen, aber meistens ist es mal, wenn du nach links läufst oder irgendwas. Aber jetzt war ja egal, wir können ja auch einmal an einem Platz hier rumlaufen. Aber nur einmal. Und dann... Und dann... Dann zählt es einfach mal eine ganze Kohle ein. Wenn wir nichts finden, gehen wir zum nächsten Planeten. Ja, richtig. Hup. 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 Äh... Eia. Oh. Was ist das denn hier für eine Scheiße schon wieder? Was denn? Ah! 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 Nein! Nein! Geh weg! Geh weg, hab ich gesagt. Geh weg. Ja, danke. Hab ich dich getroffen? Ja. Ich hab... Ich hab gar nicht gesehen, was ich gemacht habe. Einfach geschossen. Ich hab deine Notrufe gehört und einfach geschossen. Scheiß auf der Viech. Okay. Wie ist das schon besser? Klapp in dem Springen, oder? Boah! Ah, wo... Alter! Oh! 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 Komm her! Mit Ohres, Mario! Komm her! Oh! Schade! Ich bin Nahkampf-Arcure! Ich bin Nahkampf-Arcure! Ja, ich bin der Bogenschütze. Oh! Ah! Ah! Ja, kannst du die nehmen. Ja, okay. Ich nehm' mit. Und die Kohle. Weißt du, weil wir ja noch nicht genug Eisen haben. Ja, stimmt. Ah, vielleicht braucht man später, äh, ähm, ähm, Metz für ne Waffe, ja, von jeden 100 Stück oder sowas. Ah, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber da können wir immer noch Farmen geben. Naja, stimmt. Weißt du? Ah, shit, nicht getroffen. Shit, Neger? Oh, das muss ja jetzt hinsieren. Das brauchst du doch nicht sagen, ne? Warum? Das sagt man doch nicht. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Guck mal, so viel Kohle, ey. Ich will ein Jetpack und Doppelsprung. Und Eggelsflügel. Alles nein, ne? Ja. Was ist denn das hier? Iron Ore. Aber irgendwie ist hier nix. Voll der langweilige Planet, ey. Voll der lame Planet. Seh ich auch so. Alter. Ja? Rippst du hier nicht rum? Aber wieso? Ja, weil's unhöflich ist. Ach, der Möal. Gegenüber den Zuschauern. Du sagst doch Nigger. Das tut hier nicht zur Debatte, ja? Ach so. Schmause mal an der Bandar. Alter, wie komisch ist denn der Planet hier gebaut, ey? Jo. Hi. Zack, du bist tot. Jo, hi. Was das eigentlich am besten wäre? Wenn einer auf dem Planeten fliegt mit genug Kohle, ja. Der andere auf den. Und wenn wir's finden, sag mal Bescheid. Und dann kommt dann einfach da... Ach ne, ist Quatsch. Das war dann so... Weil stell dir mal vor, ich finde jetzt irgendwas. Ja, du rennst zu mir und eigentlich wärst du kurz vor der Stadt gewesen oder so. Ja. So in etwa. Das können wir nicht bringen. Weil es gibt über den Wolken, muss die Freiheit grenzenlos sein. Meinst du? Ja. Also ich weiß nicht, ob wir schon den Planeten einmal umrundet haben, ey. Nee, nee, denk ich nicht. Aber das ist ja kein Planet, das ist ja nur ein Mond. Wir müssen ja normalerweise kleiner sein. Oh. Ich hab eigentlich bis jetzt keine größeren Kohlevorkommen ausgelassen. Also... Okay. Daran erkennen wir das. Oh, 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 oh. Random Spawn, Affe. Oh. Komm her. Haha. Also wenn man richtig genau weiß, wann man drücken muss und wie die springen und so, dann ist das alles kein Thema hier. Oh, L4. Oh, hau ja ab. Du dreckigst du... Aber hier wird's... Hier kann's nicht dunkel werden. Das finde ich geil. Stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man denkt doch immer, die sind so ultra gefährlich, ja. Und dann klatscht er dir in sein Schwert vor dem Müschel und dann ist er tot. Ja, so ein Messer. Okay, hier sind 6 Stück auf einem Haufen. Ach, die sind neutral? Nee. Doch. Man, die davon sind neutral und manche nicht. Ich war dir mit Stein geschmissen. Ich flieb aus. Geil. Und hörst du nicht, wo du bist? Ich bin schon weiter vorne. Ah, wieso nur? Weiß? Ja, weil du die ganze Zeit abbaust. Ja, ja. Wir brauchen doch Kohle. Ja, ja, schon. Aber ich bin halt jetzt erstmal auf dem... Das erstmal hier erforschen, ey. Hi. Guten Abend. So weit hinten warst du ja gar nicht. Ich bin... Ich bin ganz schneller. Ja, ich merk's schon. Typ. Typ. Ah. Eine... Wow. Hm? Fledermaus. Eine tote Fledermaus. Also hier muss doch irgendwas sein. Wie so ein Mond. Hallo. Scheiß Ratte, du. Geh weg. Boah, ich hab mich gerade erst geheilt, ihr kleiner Wiest-Frappen. Mann, ey. Es wird dunkel. Neul. Wie soll denn hier dunkel werden? Das check ich nicht ganz. Das stimmt, war. Ich bin irgendwo reingefallen. Was? Ja. Oh fuck, Alter. Wir sind auf dem Planeten, wo es dunkel wird. Und der Level 3 hier ist. Weißt du, wie stark die Monster gleich werden? Hm. Wir sollten lieber uns anbleiben. Komm her. Schkomme. Die Überraschung. Die Überraschung. Die Überraschung. Und jetzt werde ich auch eher mit meinem Schwert erstmal kämpfen, weil... Verraschung. Oh. Ich bin Leuchtboy, du bist Kampfboy. Okay. Das ist gute Taktik. Ja. Alter, was ist das denn? Hä? Ist du friedlich? Ich glaube nicht. Mach's kaputt. Doch, ist friedlich. Mach's trotzdem kaputt. Warte, 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 warte. Ich muss erst was essen. Ey, die sehen alle aus wie Pokémon. Merkst du das nicht? Was hast du vor Vorstellungen von Pokémon? Mach mal. Ich esse erstmal eine Runde. Ich hab's echt gekillt. Ich war nicht gesehen. Warte, mach mal Licht. 5000 Pixels? Was? 5000 Pixels. Wer ist denn das hingekriegt? Nee, war ein Spaß. 30 nur. Ich hab ja gerade 574. Hast du die Naschstimme doch mal? Ja, ja. Kommst du doch bitte mit dem Licht. Hm. Danke. Ah. Oh, die tun aber schon weh, ey. Ja, ja. Was ist da drin? Hm. Noch? Willst du rein? Nein. Willst du rein? Nein. Ich glaub wir sind jetzt einmal rundherum gelaufen. Hm, das kann sein, ja. Das heißt wohl... Weg. Oder? Nee. Noch nicht. Oh, hallo. Alter. Schon leicht... Alter, was bist du denn? Oh, hallo. Oh, hallo. Die sind im Achsen. Oh, hallo. Oh, hallo. Geh weg. Das waren die Ratten, ey. Oh. Ich bin mir unsicher, ey. Oh. Oh. Oh, wo bist du? Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Ah, die, 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 wie das Licht auch erschwert ist, cool. Das ist geil, die Macht. Hm. Ich würd sagen... Ich würd sagen... Ich würd sagen... Wo, was? Wo, 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 wo? Wo? Egal. Der Planet ist ganz schön hart gay, war. Was? Der Planet sagt doch... Wollen wir auf andere gehen? Warte mal. Ach so. Hm? Hm? Oh. Oh mein Gott. Na, da unten ist nix. Komm auf andere, mal neben. Wo willst du unbedingt aufeinander, du neben? Hey. Moin ist nicht schön. Findest du? Ja. Ist so ähnlich. Warte, warte, ich bau. Hm. Hm. Ja, lass erst mal... Einmal... Nächstens einmal um... ... rundherum gelaufen zu sein. Aber warum? Ah. 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 Ah, dich bau. Ah. 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 Zack, und hoch hier, und hoch hier, und hoch... Wo? Pixels. Ah. Hallo. Ah. 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 Oh. Oh, da kommt ein Viech. Da kommt ein Viech. Da fliegt. Da fliegt. Da fliegt. Hä? Geh doch, guck. Hä? Die Kaffel war auf nichts. Alter. Ah. So. Alter. Der schnallt und rumst. Alter, Alter. Der Schnetzler. Der Schnetzler, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne. Aber der ist hart schwul. Ja, ne? Irgendwie? Warte mal. Lass mal hochporten. Alter. Richtig hart schwul. Jetzt sag mir nicht, du bist so dein... Schiff. Doch. Typisch. Einfach so typisch. So. Aber jetzt... Ich guck nur noch einmal kurz... Ich bin noch einmal kurz auf den Planeten gegangen und guck nach links. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Special-haftes. Aber... Ja, ne gut, dann mach ich erstmal jetzt einen Cut, Jun. Du machst einen Cut, Jun? Ah, nein, Hilfe, Hilfe! Nein! Okay, ich hab ihn ab. Oder ich nehm noch schnell auf, wie muss man zum nächsten fliegen. Ja, kann man machen. Ich pack dir jetzt nämlich die Kohle einfach zu dir hin, Jun. Ja. Ja. Oh, du riechst nach Arsch. Ich such schon mal einen Planeten aus. 198. Uns fehlen zwei Kohle. Echt jetzt? Ja. Machen wir das mal hier voll. Warte. No. Can't land, also wieder find random. Schauen wir uns den nächsten Planeten an. Yes! Level sechs, Level neun? Mh, nein. Ach, stell dir vor, was wir da finden können, ey, auf so Level neun Planeten. Ja, aber da stirbst du sofort. Ja. Level sieben, Level zehn, Cuntland. Was ist das hier? Level zehn, Level sechs, Level zehn. Level zehn, Planet ist schon echt heftig. Ah, guck mal da. Wir fliegen jetzt hier hin. Let's fly! Let's fly! Tschüss, Mond! Yes! Alalalalalalalalalalalala. So. Du brauchst nicht, 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 du brauchst nicht schlafen, komm raus da, ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Äh. Raus da. Danke. Pfff. Verkappend dreist, ey. Also der Mond war mal hart langweilig, ey. Ja. Muss ich echt sagen. Wenn wir uns echt sparen können. Na. Es war 204 umsonst. Das stimmt. Naja, wir finden aber genoge Ärzte, von daher. Passt das schon. Mein, äh, mein Schiff mit meinem Off-Screen-Char sieht aus wie ein Fisch. Das ist voll cool. Aufstehen, Junge! Nein, ich bin noch nicht voll. Guck in das Licht, Junge, da bist du wach. Warte. Mache deine Klüsen auf. Warte. Nur noch ein Halbwegbalken. Oh, ein roter Band, äh, äh Planet. Ja. Ich muss ja durch었eln. Ja, ist ja auch gut. Ich komm auch, komm. Whoo. Woah, war so cold mold, oder? Ja, glaub schon. Egal, diesmal laufen mal links. Vielleicht finden wir diesmal- Acht du Scheiße. Du hell- Ich weis die Pupsen, alter! da ob doch die Pupsen erst mal die sind Level 8 naja, hab ja gesagt, der lacht ich wollte den eigentlich so, aber okay, so ist auch okay die Geräusche, oh mein Gott jetzt sind die Folge mit SpongeBob, wo die immer beim Satz immer so machen? naja, solche Fischer sind das ich hab hier ein Shit-Seiter mehr ja, ja was ist das für ein Erz? äh, Silber Silber, ne? also hier merkt man aber, dass es circa auch ziemlich ähm, äh, weit an der Oberfläche ist, ne? auf solchen Hardcore-Planeten, sag ich mal ne, das ist auch manchmal bei äh, normalen Planeten du machst immer alles kaputt Alter, was bist du denn, Alter? Ich hab ein Togepi gefunden Togepi? Togepi Brui? Guck dir da ran, Togepi ach du Scheiße das sind die Geräusche, die passen auch Aua Aua Oh Gott Okay weiter geht's weiter, weiter ich will ne Special Waffe finden, ey ja das ist ja mal richtig geil warte mal, ich hatte doch irgendwas gefunden gehabt ja, aber dies warte mal, gucken wir uns einmal an was mit der Waffe ist aber naja naja naja, da find ich die andere aber besser aber wieso? war ich auch 41 Damage statt 37 fach fuck, ich hab den Sprung nicht geschafft jaaa alter, schon wieder so langweilig arschiger Planet ja ich glaub die Monde sind einfach nur zum Farmen gut oder so ich glaube wir sollten einfach mal in äh, in die Höhle runter hast du Fackeln? natürlich ich hab ganz viel Fekalien na komm, dann mach mal ok, ich bin Fackelboy du bist Kampfboy ok, alles klar hat sich erledigt das war sinnlos gib mal die hier das von Monster nach unten ok das klingt so scheiße, wenn die uns angreifen zwei Pupser und der nächste hier? ich stell mir richtig vor, wie die Voice Actors, ja, so die Monster in äh, ihre Kammer hängen und da an das Mikrofon reinbar das ist doch ah, der sieht schon ein bisschen heftiger oh mein Gott oh mein Gott ich bin sehr sehr tot nein, ich kämpfe ich kämpfe ich kämpfe ich bin sehr tot ich bin ein Küken ich wachse jetzt und bin wieder ein Chocobo wieso hab ich Glatze? ich hab grad Glatze ja wegen deinen Kopfdingern naja ok, komm Ach, Mendo